Oh, weiß ich so. So, würde ich mal sagen, aufbrechen in die Meereshöhlen. So. Moment mal, ist das wieder... Das ist ein kurzes... Ein kurzes... Sieben... Gegengifte... Eine Schaufel... Achtmal Eisen... Einmal Dauphun... Zweimal Dauphun... Das... Kommt alles mal irgendwie ein bisschen mit. Schaufelhammer, Fackelnhammer, Essenhammer... Das ist das Wichtigste. Aufbrechen! Ja... Haben wir doch den nächsten Boss gekillt hier. Ja... Der Sack ist leer... Der Sack ist leer, leer, leer... Oh! Sehr gut! Er gibt Schleim 3 ins Gesicht! Wie hört ihr? Ähm... Hier, ja... Ähm... Zerschmeldern! Zerschmeldern! Ich hab' keine Heile dabei, jetzt... Ich hab' gerade einen... Ah... Mal sehen wie gut es wird... Der kann sich 2 heilen... Und... Der kann 1 halb... 1 halb 4 heilen... Tot! Ich hab' auch noch 4... Und krieg' 8... Hier... Ich heile! Ich heile, weil ich's kann! Leuchtsignal! Great is the weapon that cuts on its own! Ähm... 5 bis 10... 5 bis 11... Bam! Ah! Ist doch ein Zufall! Ähm... Hier, solche Granate! Bam! 5... 5 Schaden... Für 3 Runden... Das ist so übel! Masterfully executed! 8 Schaden! Das ist die Wahl im Hintergrund sich jetzt erst! Ja... Ich will das Gift sparen können! Das geht nach hinten! Tidid! Das geht nach hinten! Tidid! Was? Das ist doch... Was? Das ist doch... Was ist denn da? Hier, erstmal heilen. Erstmal heilen. Erstmal buffen. Und tot. Oh. Zack, 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 zack. Hier, ich hab'n Schlüssel. Eine wunderschöne Reward. Eine wunderschöne Reward. Gut, wenn wir irgendwann nichts mehr besaugen haben. Leute, dann kommt noch eine Pfanne dazu? Das finde ich das fies. Ähm. Die völlig verkrustet ist. Sie ist leer. Okay. Äh, hier, mal ne Fackel, ne? Äh, mach zwei. Guck mal, zwei draus. Wusste ich doch warum. Speer fischen. Ich glaub, die kann mit Furzen, oder? Hier können sie nicht, sehr gut. Einkotzen. Solche Granate. Hier, nochmal. Klar, ein Brechen Fleisch reißt. Schnellschuss, hier. Geschwindigkeit hat er da, hat er da mit Höhe. Bam. Mh. 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 Jaua, die kommt gar nicht schon oft dran. Blöde Viecher. 13 Schaden. Oho. Mh. 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 60 schaden auf denen ich muss bringen das dauert noch so lange der kampf das war dumm aus der fienden holz flossen diese expedition at least promises success ein bisschen raus hier junge laufen durch die meereshöhlen wieder zurück da runter hätte sowieso gemusst wo ich jetzt war ja hier muss ich nicht mehr rumgehen dankeschön dip 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 gut ich mir die Schaufel behalten hab ein anderer mariner ein anderer missfortun packs laden mit loot die schätze erwarten erwarten uns erwarten darauf von uns gefunden zu werden oder irgendwie sowas kunden klick 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 tja zwei kämpfe ich geh umgehe lieber die Fahne das ist glaube ich besser da ist einmal hätte ich halt ja ich denke das Ende von 7 und hier Man kann nicht schlafen, damit mich diese komische Diener nicht kaputt schlägt. Macht er trotzdem. 12,50%. Oh, hier kommt es. Ja, hier, ich heil mich mal. Giftschlag. Und tot. Wenn er wieder dran ist. Kann ich einfach zuhören. Du hast auch keinen Unterschied mehr. Ich bin auf dem Heil. Äh, hier. Bei Wasser. Aber was, ich hab auf dem Facken. Hey, Essen. Wenn er bestimmt 11 hat, hab ich auch Haufen gefunden. Ich hab's keins mitnehmen müssen, ey. Und kotzen. Solche Granate. Hier bin ich bei 3. Komm ich auf 8. Moment mal. Giftschlag. Hat auch bloß 5. Alles egal. Ich hab' ja schon getroffen. Schocker. Schocker. Ich hab' ja schon geträumt. Ich hab' ja schon geträumt. Ich hab' ja schon geträumt. Da kann ich einfach irgendwo hinballern. Ähm, und der nächste fährt auch um. Meins. Bei Ihnen gehört das Licht und finden Sie, ich hoffe, das Gebräu taugt etwas. Was? Ernsthaft? Was ist denn da getriggert worden? Die Auslöshelden hat sich erhöht. LOL. Okay. Intensiv verlangen nach Alkohol, macht also das. Gut zu wissen. Verrückt. Uh, noch was für zwei Wasser. Wer hat ja zwölf. Ne, ich mach hier den mal. Ankotzen. Auch wenn es keine Verschüsse sind. Der Kampf kann ein bisschen länger dauern, deswegen lieber buffen. Plus ausweichen. Hat schon mal nicht vergold. Hat auch nicht golfen. Aber Stress ist momentan eh mein geringstes Problem. Kann ich den doppelt treffen, wenn ich da ankotze? Ne, AOE ist es einfach. Ist halt beide. Elf Schaden. Nice. Was? Hier kriegt er fünf und hat nur sechs Leben. Da wird ein Knall. Baff. Ha. Oh, so hätte ich den getroffen. Das wäre ein bisschen dumm dann. Ähm. Otto. So, was hab ich noch dich? Da. Großes Fett ist etwas. Oktuzestus. Da hat es ausweichen mal geholfen. Hey, ich kann nicht nochmal... Moment, wie war der? Betäuben. 25. Betäube ich dich erstmal. Ins Gesicht. Mit der Kette ins Gesicht. So. Zack. Äh, hier. Giftschlag. Zack. Oh. Zack. Auf die Omme. Einheit umschlagen. Verein zu. Und guck. Äh, Abenteuer fortsetzen. So. Weihwasser. Endlich ein Segen. Okay. Ich dachte ich würde ein bisschen mehr abkommen. Moment mal, ich kann dort. Moment mal, ich kann dort. Hm. Die Kuriosität. Ach. Noch mal angucken. So. Irgendwas ist, was mit welchen Gesand ist. Oder was mit ein bisschen Geld bringt. Und... Sieh ich da glissene Münzen? Endlich. Nein. Ja. Okay. Raus da. Die pungenten Odor erbaut. Die Dinge sind zurück. Für eine Zeit. Unheiligen Hasar. Mir ist Schatzschaden gegen Unheilig. Plus Schaden gegen Unheilig. Das ist was Geilste. Rückzieher. Stress verringert sich nicht mehr in Zurückkehren. Das wurde falsch übersetzt.